So, damit wir kommen zum Let's Play, einfach gerade raus von Slender. Das ist jetzt mein dritter Anlauf und ihr werdet sehen, die Grafik ist niedrig, so wie die Auflösung, weil es geht nicht anders, leider. Ja, ich wüsste echt gerne, worauf ich mich hier eigentlich einlasse, oder beziehungsweise ich weiß, es ist deswegen schon Schiss, weil, naja, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, ist alles dunkel hier. Ja, natürlich bis auf den Monitor, der hier ein bisschen was erleuchtet, ist ein bisschen kalt, weil Fenster auf ist. Ja, nee. Und ich habe schon Videos gesehen, ich fand das natürlich super, was ich gesehen habe, ob ich selber spiele, ich weiß nicht, ob ich darauf klarkomme. Naja, wenn der Slenderman kommt, meine Augen sind zu, meine Kopfhörer fliegen in der Gegend rum. Naja, ohne viel Geschwafel, probieren wir es mal. Ach ja, viel Spaß. Und dazu, wir haben noch halb zwölf. Na ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Jetzt haben wir nur noch 1024 mal 768 Auflösung. Naja, ich hoffe, ich laufe dem Typen jetzt nicht direkt in die Arme, ey. Die Frage ist, warum? Was will man hier überhaupt? Was ist der Sinn des Ganzen? Gott, ich hoffe, ich hoffe, ich treffe den noch nicht. Alter, ich habe jetzt schon Schiss, ey, ist das behindert. Oh, dieses abgefuckte Knirschen, ganz alleine. Ich laufe dem bestimmt gleich in der Arme, ey. Boah, Gott, ey. Ich will hier raus. Oh, da ist ein Gebäude. Irgendwie sieht man immer links, da hat so ein bisschen was flackert, ne? Boah, ey, ich habe so... Boah, Alter. Ich will hier eigentlich nichts kaputt reden, aber... Boah, jetzt weiß ich, was die Leute, die so auf Horrorzeug stehen, warum die das so geil finden, ey. Alter Schwede, ich habe... Boah, voll die Hosen voll hier. Ey, ich leuchte und es ist arschdunkel hier. Ey, gibt das überhaupt einen Sinn? Kommt der eigentlich in ein Gebäude rein? Ey. Hier ist keine Seite. Also entweder haben die schlecht gearbeitet oder so, oder wirklich, weil ich es so niedrig gestellt habe. Alter. Ich glaube, der Einzige, der alles kaputt wiederum macht, ist mein Laptop. Laptop, du kommst viel zu oft in meinen Gesprächen vor. Darf doch nicht wahr sein, ey, bin ich blind? Oder war hier ernsthaft kein Zettel? Das ist bestimmt die niedrige Auflösung schuld. Es kann doch nicht sein, dass hier kein Zettel ist. Ich merke auch, wie mir langsam schon ein bisschen schlecht wird. Weil ich dieses bedrückende Gefühl nicht haben kann. Oh, Ruckel-Attacken. Ich glaube, es bleibt definitiv bei einem Teil. Das hier wird ein einmaliges Ding. Also die Wand sieht aus, als wäre sie Seals Gesicht. Oh Gott, ich will das beenden, ey. Wie lange spiele ich? Schon drei Stunden? Ne, fünf Minuten. Ich kack mir in die Hose, Alter. Ich meine, ich habe schon mal gesehen, wie der Slenderman aussieht. Der sieht nicht bedrohlich aus, aber... Oh Gott! Wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Gott, wie schlecht ich die Nacht schlafen werde. Alter, hier ist kein... Was zum... What the fuck? PC, sei ruhig! Gott, ich... Ah, PC! 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 Boah, wollen die mich verarschen? Kein fucking Zettel? Da! Hier ist einer. Wow, ich habe eine Page. Ma, ich will nach Hause. Obwohl, da bin ich gerade. Fuck. Fuck, Alter. Da war der gerade. Ich habe doch nur eine Seite gesammelt. Das ist nicht okay, mich jetzt schon umzubringen. Oder vielleicht essen sie aber nur Kuchen. Oder spielen Tennis. Ja, can't run, ja. Boah, dieses Scheiße... Boah, Alter. Alter. Ich glaube, ich lasse mich echt später spoilern, was passiert, wenn man acht Seiten hat. War das doch... Boah. 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 Ich hoffe, man... Irgendwie... Irgendwie Gott oder Schicksal oder wer immer bewahrt. Nicht vor so einer Scheiße. Dass ich jemals nachts in einem... Dunklen Wald bin. Fucking Scheiß, Alter. Fuck, da war es gerade. Ich glaube, ich mache gleich aus, ey. Boah. Boah. Wie hält denn... Wie fähre ich denn so weit aus? Oh Gott. Gott, ey. Hört mal um mich noch, ich hoffe es. Gott, ich scheiß mir so eine Hose, ne? Fuck. Fuck, 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 fuck. Alter, ne. Ne, ne. Ich habe jetzt gar nicht mehr hingeguckt. Alter. Ja. Äh. Mir fehlen die Worte. Ja, Alter, ich bin... Ne. Ey, tut mir leid. Ich muss jetzt echt aussetzen. Ich bin... Alter, das Spiel kommt mir... Ne. Click to continue. Leck mich. Leck mich. Also, ne. Nie wieder Slender. Leidt euch den Scheiß runter. Ich glaube, es sind nur 50 MB. Kostet gar nichts. Zockt selber. Ohne mich. Ich bin raus. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020